ich will ihn doch nicht die spannung verderben eine echte orbit elf die wird mir ganz schön dankbar sein wenn ich sie erst einmal aus den klauen des finsteren fiskus gerettet habe wer ist denn der dunkle fiskus ein schritt näher und das gemetzel beginnt ich spare mir meine telekinetischen kräfte wieder verspäten nehmt das nein nicht was ist das das war dann wohl der falsche hebel du verdammter idiot du magst es allen ernstes dich in die pläne des organon einzumischen dazu müsstet ihr mich wohl erst mal schnappen oder aber dafür bin ich eine spur zu flink erst bin ich hier dann bin ich weg hier weg der ist schon ein bisschen bescheuert ganz minimal ich war so nah dran aber nein kaum sehe ich eine schöne frau in not und schon bämm ach was soll ich machen ich bin einfach ein unverbesserlicher gutmensch okay stir toro hey toro habe ich gesagt hm wenn überhaupt hat ihn das nur noch mehr gelangweilt jo roterhaube erstmal auf diesem screen alles angucken hm verschlossen wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen da ist ein schloss dran na toll die karre ist schrott aber das schloss funktioniert noch haha zum dorf gehen und hier geht's ne Entschuldigung alles klar dann zum dorf gehen was ist denn hier los jo so einen andrang am rathaus hat es nicht mehr gegeben seit 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 der bürgermeister eine steuer auf mangelndes politisches engagement erheben wollte das ist natürlich cool ab ins rathaus oh im rathaus ist doch schön im rathaus höre mal der reihe nach ähm ziehen sie sich eine wartenummer und der bürgermeister wird sich bald um sie kümmern was ist denn hier los wurde das glas mit den erdnüssen aufgefüllt eine frau ist aus dem himmel gefallen das heißt sie soll wunderschön sein der bürgermeister soll nun entscheiden wer sie bei sich aufnehmen soll das fenster tja das dürfte ihm nicht so schwer fallen nachdem er meine geschichte gehört hat ich habe das mädchen vor dem finsteren fiskus gerettet ich trage die verantwortung für sie netter versuch kumpel aber ich habe auch eine gute geschichte vorbereitet in meiner kommt sogar ein drache vor also stell dich hinten an und zieh dir eine nummer wie alle anderen auch mikek nette hüte habe ich da einen trend verschlafen der dachdecker hat auf hutmacher umgesattelt weil es seit monaten nicht mehr geregnet hat verstehe und die hosen kommen sicher von dem typen der vorher abdeckplanen hergestellt hat richtig die hat mir meine frau genäht oh ich verschwinde warte nummer nummer 66 fast schon meine glückszahl da fuhr jeder nur eine nummer da fuhr wie verderber rin glaube ich lati wo willst du hin ich werde mit goal nach elysium gehen dann bist du hier falsch durch die tür geht es zum bürgermeisterbüro und da geht es heute der reihe nach also zieh also zieh eine wartennummer oder verschwende stop das postamt ist bis auf weiteres geschlossen bis wann bis die uhr am öffnungsschild anzeigt dass es geöffnet hat da ist aber keine uhr gut beobachtet und jetzt weg von der tür und da fuhr die post öffnet wieder um uhr um uhr um welche uhr denn hier fehlt doch was eine uhr Magnete ich gebe immer die Magnete das hält aber immer noch zum Dorfkern hm doof ein Stoß Notrufsäule Das Mucke 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 Hallo Ich habe ein Verbrechen zu melden Hallo Hallo Keiner da Bro Na toll Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs Inspektor Gizmo Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken steht er wieder hinter einem Ich probiere es später nochmal Okay Hm In die Gasse Zu Tonis Hütte Wenzels Haus Es sieht so aus als sei Toni im Laden Wenn ich da jetzt reingehe muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen Hast du überdient? Ach was soll's Besser ich bringe es hinter mich Die Bemerkung hast du auch einfach nur verdient Sieh an Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knevel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Windjockey Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier Direkt vor mir Wer hätte das gedacht? Tja Ob du es glaubst oder nicht Diesmal hatte ich es wirklich geschafft Okay Ich war auf einem Organonkreuzer Auf direktem Wege nach Elysium Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden Ein Leben in ewiger Glückseligkeit Also ohne dich Oder eine schöne Elysianerin in Not Vor dem sicheren Tod retten Genau Rufus begeht eine selbstlose Tat Im Lebtag nicht Ich würde ja jetzt lachen Aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment Als du vorhin über die Hügelkunden geschleift wurdest Verständlich Der Fuck Es geht mit meinem Handy ab Die Hausapotheke ist verschlossen Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht Schade Wenn es soweit ist Sag Bescheid Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen Und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben Immerhin Ich muss weg Das sage ich schon seit Jahren Aber du bist immer noch da Jo Das stimmt Dorf Was machen wir denn jetzt? Ich warte übrigens immer noch nebenbei Auf Den Postboten Weil ich normalerweise noch einen Post kriege Also Zum Dorf Wie kriegen wir die jetzt? Wie kriegen wir das jetzt hin? Moment Ich muss mir gerade Etwas umsetzen Vielleicht sieht man Wie ich mich verrenke In der Kamera Ist das ätzend? Verrenkungen Sind nicht gut Für den Körper Okay Jetzt Gut Notrufsäule Wenzels Haus Was ist Wenzels Haus? Der wird ganz schön Augen machen Wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle Das stimmt Er wird sich grün und blau ärgern Dass er nicht mitkommen wollte Er wird sich schütteln Und Heulkrämpfe bekommen Warum bin ich nur nicht so cool Und risikobereit Wie du, Rufus Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben Ja Wahrscheinlich nicht Aber tief in seinem Innern weiß er längst Dass er nicht das Zeug dafür hat Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen Aua Ich hoffe, er ist zu Hause Vor allem so ein freudiges Insel? Hey, Rufus Schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell Sag nichts Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen Ach ja Diese verfluchte Menschenliebe Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es Du kommst ja zu nichts mehr Es gibt einfach zu viele Menschen Man sollte sie alle Im rostroten Meer versenken, genau Diese verfluchte Menschenliebe Apropos Danke für deine Sachen Was? Moment mal Ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst Aber Und du hast es geschafft Ja Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt Oder? Ja Ja schon Na dann ist doch alles Paletti Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja Man musste nur vorher die Kindersicherung lösen Aber es war nur dieser komische Stock da drin Dieser Stock Das ist die Wünschelrute meines Vaters Meinst du? Der Legende nach Hat sie ihm immer Glück gebracht Er hat damit die Wasserader gefunden Auf der Kuva gegründet wurde Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte Warum hat er es dann nicht geschafft Mich mitzunehmen, als er Deponia verließ Glück Da bin ich überfragt Bis später Genau Nicht da rufe ich Die gehört jetzt mir Aber das ist ein Familienerbstück Genau Geschenkt ist geschenkt Oh Junge Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle Und wenn ich dann reich bin Teilen wir Fifty-Fifty Laie, ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus Immerhin Jens Bartelsen, was haben wir denn hier alles? Können wir hier irgendwas mitnehmen? Gib mir den Schwamm Sonst ist hier nichts Wie langweilig Ab zurück ins Wohnzimmer Hier ist auch nichts Langweilig Langweilig Gehen wir mal da in die Gasse Hallo 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 Ich habe Hunger Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Wördern Ignorier ihn Meine Frau redet manchmal mit sich selbst Wenn sie da unten ist Wir dürfen uns nicht mehr treffen Mein Mann ist zwar verstaubt Aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör Okay Haneck Hör mal zu Haneck Hallo Haneck Ach äh Hofus Hofus Genau Ähm Ist das da drüben dein Papagei? Ja Wir benutzen ihn Um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen Und was macht ihr wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen Verstehe Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst So wie du? Irgendwo ein Wirtsbolt hat die Magneten vom Sprengplan entfernt Darum Hey Ich habe ordentlich zu tun Ich bin schon den ganzen Tag am rumrennen Sachen erledigen Und besorgen Und so Und so Na dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten Oh nice Wie? Oh das ist eine spannende Sache Okay Das bezweifle ich Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest Indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert Dann läutet er die Glocke Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter Der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt